Für günstige FIFA-Points und PSN-Karten checkt gerne meinen Sponsor IG voll aus. Der Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem könnt ihr noch mit dem Rabattcode FIFAGAMING 6% sparen. Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis-Autogramm-Karten gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Es geht Leute und herzlich willkommen zu einem neuen F-Football-Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ein verdammt geiles Draft. Und zwar haben wir den 97er Prime-Icon-Moments-Spieler von Cristiano. Cristiano? Was für Cristiano? Von dem dicken Ronaldo R9 bekommen. Eigentlich, ja, eben FIFA ist ja gar nicht so dick geworden. Aber ein bisschen älter, ne? Kann man ihm verzeihen, ne? Ihr wisst, finde ich, meine Leute. R9 war am Start, 97er Prime-Icon-Moments-Karte. Noch nie zuvor gehabt. Wir warten ungefähr seit, ohne Scheiß, einem Monat auf dem oder so. Jetzt haben wir ihn endlich gehabt, Leute. Absolut geiles Team, auch unter anderem gewesen. Es waren auch noch fünf Icons oder so am Start. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr euch nicht überlegt habt. Dann kommst du zusammen mit dem Glock-Hacki und kein Video an Sebastian Wiesbyschaf. Die Steine, die sind in Süd-Rabda auf jeden Fall. Bis zum Schluss dran. Let's go! So, 3-4-3-Formation. Ab geht's mit diesen Captains. Okay, Vieira ist da. 92er Vieira. Schmeckt. Okay, erster Icon am Start. Cristiano Ronaldo wäre natürlich auch saftig, ne? Fetten Sachen. Richtig fetten Sachen mit Ronaldo. Sagst du Vieira? Vieira ist auch richtig... Boah, Digga, guck dir die Werte an von Vieira. Absolut krank, Mann. Okay, wir nehmen... Wer ist ja nicht vorne? Ah, Patrick. Ich wollte gerade sagen, Jonathan Vieira. Aber Jonathan Vieira gibt's, glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt... Eigentlich ein Franzose, der Jonathan. Der ist Jonathan Dos Santos. Er hat gerade Dos Santos im Kopf. Das war's wieder. Absolut. Selbst Patrick ist voll komisch für so einen Franzosen. Franzose, weiß ich. Patrick. Ja, doch, Patrick. Heißen Jonathan. Jonathan. Ey, was ist das denn, Alter? WTF? Alter, Pardo. Nimm Skov mit wegen Ehrename. Wer ist Skov? Wegen Skaff, ey. Ja. Nimm Skaff mit. Das ist auch scheiße alles. Ne, ich nehm mal Klaus mit. Klaus, Klaus, Klaus. Nimm Conti mit. Ne, ich nehm Klaus mit. Er hat Angst vor allen, die Klaus heißen. Leute, ihr wisst Bescheid, wie wir gerne Shop auschecken. Ja, Nice Designs. Ihr wisst es ja. In orange, in blau und rot, in grün. Als T-Shirt, als Pullover hält nicht. Den Kollegen. Deswegen, das Design gibt es auch noch und noch vieles mehr. Checkt mal aus, außer dem Osterspecial noch, ja. Wer sich nach Ostern neu was sneaken will, bis 28, da wisst ihr ja. T-Shirt, Tonbeutel oder eine dieser LED-Nice-Lampen, gratis. Die da hinten ist geradeaus. Ey, macht nicht mal an, ey. Scheiße, geht nicht an. Gibt es gratis zu eurer Bestellung dazu, wenn ihr euch einen Pullover bestellt, ja. Also, checkt es aus bis 28. April. Abchecken und, oh, scheiße Autogrammkarte. Ne, äh, Autogrammkarte gibt es auch noch dazu. Also, abchecken. So, dann geht es mal weiter. Innenverteidiger-Position. Oh, das sieht gut aus. Komm, auch noch nächste Icon. Das sieht scheiße aus, ey. Das sieht auch scheiße aus. Das war wieder eine pinke Animation, verschwendet für... Fettung. Ja, Fettung. Nimm mit. Ja. Das kannst du gar gebrauchen. Ja, weiß ich nicht. Oder nimm Waran mit für Dings. Ja, Waran ist auch scheiße. Das ist alles scheiße. Du kannst aber Waran, guck mal, nimm Waran mit. Waran gibt es als Team auf dir, kann ich jetzt, was ich lieber. Nimm ich. Du kriegst eh nicht Waran. Ja, ich hoffe einfach, den zu bekommen, weil du sollst, ey. Du, das war Franzose, Mann. Ja, aber trotzdem, ich hätte besser... Ich habe die Jera perfekt gelingt. Ja, hast du recht. Ich hätte besser Kelly mitgenommen für Costa. Für die paar Anastan auch noch. Und dann hättest du lieber Conti mitgenommen vorher. Egal. Was ist das für Anastan oder Costa? Anastan. Ja, aber Anastan ist eigentlich auch anders. Anastan, Anastan für live. Okay, 88 Anastan ist auch nicht schlecht. Okay, komm. Nächste Icon. Ich hoffe, du bekommst noch Orri. Orri, war aber, Alter. Tja, Orri. Komm, eine Icon hier auf der Innenverteidiger-Position noch. Dann ist der neue Icon-Rekord incoming, Alter. Ich würde Killini aber mitnehmen. Nein, Smaller, ey. Warum für jeden, der ist der her. Ey, jetzt Costa mit Grae ist sogar Killini mit im Film. Wir nehmen Alderweid mit, auch stabiler Spieler, stramm. Alderweid hab ich jetzt... Ah, nee, ich dachte, das war Vertongen. Ich dachte gerade, du hättest Vertongen nicht mitgenommen. Ja, ja, deswegen hab ich den zweimal bekommen. Dachte ich auch jetzt, ey. Ich wollte gerade sagen, Alderweid wär jetzt perfekt, wenn du Vertongen mitgenommen hättest. Aber du hast ihn ja mitgenommen. Ich dachte, ich hätt gerade zwar denselben gehabt. Ich dachte, ich hätt ja eben auch Alderweid. Die haben jetzt selbe Rating, selbe Nationalität und selber Verein. Und vom Ding her sehen die sich auch noch ein bisschen ähnlich. Ja, guck mal, die Haare. Ja, Haare, okay. Die Haare nur an den Seiten. Bei Alderweid sind halt Seiten auf Kontostand. Bei Alderweid sind Seiten richtig auf Kontostand. Und der hat Seiten auf Kontostand vom Milliardär, ey. Der hat Seiten auf Ronaldos Kontostand. Ja, der hat echt auf Ronaldos Kontostand. Okay, was sagst du, Innenverteidiger, Torwart? Innenverteidiger. Der will jetzt eh scheiß. Kapital braucht erstmal einen Partner, jetzt. Kapital Bra ist da. Goudin, naja. Kapital Bra. Der sieht halt echt so aus, mal Dini. Der sieht da echt wie Kapital aus. Wie ein verrückter Kapital, ey. Nimm Dings mit Sokrates. Was, Sokrates? Ist zwar jetzt mit der Schlechtste, aber... Dann nimm Walker mit. Nein, Walker, diga. Du kannst dich Walker liegen lassen. Nee, ich kann auch nicht. Walker liegen. 91, hallo, Digga. Halt's Maul, mal. Da hab ich meinen dritten 90er-Plus-Spieler. Nein, 90er juckt doch nicht. Das Ding ist, ich mach, glaub ich, erst den ZM und dann den Torhüter. Torhüter muss gut werden, weil Torhüter... Boah, nee, aber es ist nie gut, Alter. Pink im Mittelfeld ist nie gut, ey. Oh, Pogba, nimm mit. Ja, aber das ist normaler Pogba, weißt du. Aber stark. Ja, ist mega gut für der Link halt alles richtig gut, aber... Normaler Pogba ist halt... Wenn du jetzt noch Aubrey bekommst, Oben. Ah. Das wär perfekt, Digga. Nimm mal Pogba mit hier, okay. Und dann rechts Mbappé, in wen links. Das wär aber blau. Könnte der Rhea-Team auf dir werden, aber sonst... Ja, wenn nicht der Rhea, wird es absolut scheiße. Scheiße, ich hab das doch noch Kili mitgenommen. Ah, ich hab den perfekten Link hier mehr in Grün schon mal hier. Nicht perfekte, strong Link. Zu Capital Bra von Donnarumma, hast du schon mal saftig? Ja, gut. Bin ich auf 65. Italienische Kapital. Ja, egal. Hättest du aber auch Tschech mitnehmen können, ne? Ja, ist egal, Mann. Hätte auch nicht viel mehr Chemie gemacht, oder? Tschech hätte. Komm, nächster Icon ist eigentlich safe jetzt hier schon. Jawohl. Oh, ey, was ist da los? Kein Best. Sagt ja, Mbappé hat's schon mal. Nein. Dritte Icon. Das Ding ist, eigentlich kommt immer Best, Alter. WTF, das ist das erste Mal das Gefühl, wenn Figo kommt. Doch. Ich schwöre, bei mir kommt immer Figo und Best auf Platz 5. Mal, das hat sich auf Platz 5 ist, eigentlich ist Messi sogar besser, ey. Scheiße. Aber, dritte Icon, Isda. Dritte Icon. Dritte Icon. Okay, Stürmer, könnte jetzt scheiße werden, wird auch scheiße. Dann wenigstens ein linker Flügel, gleich noch Del Piero. Oh, Mann, ey, Depay, geht sogar eigentlich. Berchhaus mit 90. Der Wilson ist auch nicht schlecht. Wilson González, ey. Okay, wir nehmen Depay mit. Dann noch jetzt Del Piero. Dann hätte ich die vierte Icon am Start. Wer saftig, das sieht nach Del Piero aus, come on. Suvary, schmack, perfekt. Da ist er, Alter, let's go, Del Piero. Okay, zwei titanische Icon, vierte Icon insgesamt. Acht Icons, Alter, Icon-Recording. Hättest du jetzt mal lieber Chiellini, Bonucci und so weiter. Hättest du besser. Alles in den Runden. Dann hättest du Italiener, Donnarumma, alles gelingt. Hätt ich echt, ne? Dann, weil wegen so Pogba und so, ist ja fast Frankreich. Äh, Dings, Italien ist ja fast Frankreich, also linkt das auch. Fast Frankreich. Das linkt auch. Italien ist fast Frankreich, überrascht. Und tut das auch linken. Portugal hat auch ein bisschen Rot in Italien, ist auch Rot drin. Was ist das denn, Alter? Mann da, ne? Alter, Mann dann da, oder was? Ey, der hier hat auch ne polierte Glatz hier sonst. Ey, mit 39 Tempo als Stürmer. Ist doch nicht poliert, Alter. Ist echt matt schwarz. Ist echt nicht poliert, ey. Matt weiß. Dick, ey, Safari, Graham. Ey, was heißt... Digga, der hat hier 40 Tempo, ne? Denkst schon, okay. Dann kommt er hier mit 39 Tempo an. Und beides ein Stürmer. Ey, komm, nehmen wir mit. Ey, müssen wir mitnehmen hier. Mit 39 Tempo als Stürmer. Schmeckt. Sehr, sehr geil. Du weißt, vielleicht hat er keine Beine mehr oder so. Oh, Davies, Digga, als Bayern. Wer hat sie noch nie gehabt, glaube ich. Ich war immer mal. Ich war immer viel, 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 viel. Ich war fast 2000er Jahrgang, ey. Er ist fast so allweil hier. Schau ist drauf, ey. Bestes Leben, schön war ein bisschen Bayern, ne? Okay, Davies, once watched is nice, aber er hat auch 79. Könnt ihr so mal ein heftiger Spiel auf der Bank kommen? Was soll die Kacke hier? Ich glaube, ich kriege einen Pinken vielleicht noch maximal, wenn überhaupt. Ich könnte auch sein, dass gar keinen Pinken mehr kriegt. Salat, nimm mit. Ja, aber... Linksverteidiger, nimm mit. Ja, was denn jetzt? Du kannst aufs linke Mittelfeld eh maximal stellen oder halt gegen Guti. Sanchez könnte ich aber linken. Nimm den mit, Digga. Sanchez würde Pogba linken wegen Menjo. Was für Sanchez würde Pogba linken? Das juckt doch kein Pack Sanchez weg. Ja, Salat bringt auch nicht viel. Salat bringt ja... Du kannst aber auch... Doch. Ach, was doch? Stell mal links mitfällen. Junge, links mitfällen. Stell erstmal rein. Was? Wie hattest du nicht verstanden? Wenn eine Position linke Mittelfeld... Besetzt es mit einem linken Mittelfeldspieler, dann kannst du da kein Linksverteidiger entstellen. Stell doch dafür erstmal rein wegen dem Rating, du Vollidiot. Nee, stell dich nicht erstmal rein. Das sind zwei Punkte, der bringt jetzt auch nicht so viel. Das können wir gleich machen, ey. Du willst immer linken Mittelfeldspieler... Ich hab nicht gesagt, dass er da stehen soll. Du sollst wegen Rating reinstellen. Mein Gott. Pack den doch gegen deinen scheiß 76er jetzt endlich mal da rein. Mein Gott. Das ist Klaus. Lass Klaus in Ruhe, Alter. Alter. Tadeus hat Angst davor, die Klaus heißen, Alter. Tadeus ist eine Legende. Lass Tadeus hoch. Du bist ein Mongo. Kann ich jetzt auch sagen. Wenn ich mal Alexandra mit dir. Außerdem gibt es viel, viel weniger Chemie. Ja, aber vielleicht auch, siehst du 91. Ja, aber Klaus ist... Bei mir holst du immer rum, wenn ich das nicht mache. Also hol ich jetzt auch mal Klaus ist Legende, ey. Du bist dumm. Okay, letzter Reservierspieler könnte man auf verdammte Icon langsam kommen, Alter. Aber so, ja, das sieht gut aus. Pink Animationen, ja. Oh, Ronaldo. Alter, der kam aber auch echt. Den hab ich noch nie gehabt. Den haben wir echt mit, Liga. Er ist überall Ronaldo. Ich fass es nicht. 97er. Das ist dein scheiß Stürmer, Alter. Oh mein Gott, Alter. Da ist er doch endlich. Mein Stürmer auch noch. Alter, heftig. Fünfte Icon, ey. Da haben wir letztens noch drüber redet. Aber Oribe ist sogar noch besser gewesen. Was? Oribe war noch besser gewesen. Vom Rating nicht, vom Rating nicht. Aber Oribe besser. Das hab ich noch nie gehabt, ey. Das Ding ist, Ronaldinho gibt es auch als Prime Icon Moments, ne? Er muss auch noch kriegen hier. Alter. Warum hat der nicht 99? 97 auch schon krass, Mann. Hey, Digga, aber Pelé hat 99, ey. Er hätte 98 verdient. Ah, du scheiß. Pelé hätte 98 verdient? Finde ich schon, ey. Äh, der. Achso. Äh, Ronaldo. Ey, das ist auch mal so krass. Warum sind immer Brasiliare die stärksten gewesen? Ja, weil die Ziele... Ja, weil die damals alles zerstört haben. Ja, damals haben die echt alles zerstört. Aber jetzt haben die erst das schon. 92 Erwertung, 91 Chemie, verdammter 97. 92er Prime, Ronaldinho, den ich noch nie zuvor gehabt hab. WTA. Was soll ich? Was ist die Pei? Ja, ich würde die Pei tauschen. Einfach mal tauschen. Tom, das ist mal wechseln. Einfach mal top. Schön. Was ist jetzt hier los, Alter? WTF, Mann? Und Messi auch nochmal nebenbei. Ich weiß die Wand an, ey. Ich stelle rein wegen Rating. Warte, war Messi, WT-Watting. Dings da. Ja, lass jetzt mal rein. Ich will ja noch nicht das zusätzliche Spiel drauf. 99 gegen 87. 93er Bewertung, by the way. Alter, sehr, sehr saftig. Pedro, Sané, Sahne, Mahne. Eigentlich muss ich Pedro mit ihm für die rechte Seite nehmen. Aber ich den Sahne mit auf Risiko. Eigentlich hätte ich Pedro, oder? Ah, scheiße, Alter, gleich komme ich, wenn ich auch voll die Schmied bin, wäre ich selber schuld, ey. Ah, doch, Lamina. Oh, ich muss, ah, muss ich jetzt. Zack, wow, zack. Bam, ein Spieler, droppt alles hoch auf 100. Da war noch Reus als 88er, aber naja, mussten wir jetzt ihn mitnehmen. Fertensache. Der hat voll die guten Werte hier, Alter. Alles über 80. In Viscar Bastos Bruder mit. Äh, Hulk lieber mit hier. Das war Viscar Bastos Bruder. Egal, Hulks Maschine. Okay, 192 runtergedroppt, aber durchsortieren könnte das Ding vielleicht... Ja, du warst auch nur ganz knapp auf 93 und du hast einen 80er mitgenommen. Ja, ja, muss ich ja jetzt, Makino. Guck mal, hier noch reinstellen, aber auch nicht viel mehr, lassen wir erstmal so. Okay, letzten beiden Spieler, aber scheiß drauf, ich bin voll und ganz zufrieden mit dem Team, ey. 96er, verdammter Ronaldo, Shea ist auch noch da. Ja, gut, letzter Spieler des Teams. 191er könnte das werden, ne? Ja, 191er müsste es eigentlich safe werden, Alter, mit 5 Icons. Müsste schon 191er werden. Ah, Guerta, Alter, der ist auch eine gute Karte, Mann, und Scheiß. Guerta. Guerta. Gute Karte, Guerta, Steffen, Alter, besser. Einfach Steffen. Okay, nehme Guerta mit, Leute, wir sortieren noch mal ganz kurz, aber auf mehr als 100... Vielleicht kommst du sogar noch... Warte mal, das ist immer noch 191. Könnte... Ich weiß nicht, ob es so hoch geht. Das kann sein. Könnte, wird schwer, aber... Vielleicht, wenn wir jemanden in der Startelf so austauschen, einmal ganz kurz. Ja. Machen wir in der Startelf so einmal kurz. Change, ne, übrigens. Schade, Mann. Schade. Ja, okay, 191 war auch zu viel mit dem hier, natürlich, ey. Schade, Mann. Der hat hier alles zerstört, ey. Ja, wow, du hättest ein 75er anstelle von dem mitnehmen können. 75er ist gar nicht mein Silber. Nein, irgend so war 70, keine Ahnung. Der hatte 70, der hatte 69, der andere war 70. Das ist... Nein, weil ich hätte auch nicht irgendwas mit 70 abgewiesen. Ein Ratingpunkt hätte das hier auch nicht gepusht, Leute. Egal, das war's, Leute. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren. Glock hat, die übrigens dazu passen. 97er verdammter Ronaldo am Start noch nie zuvor gehabt. Absolut krank. Lasst ein Like, lasst ein Abo da, falls ihr nicht abonniert habt, kostenlos abonnieren. Glock hat, die übrigens dazu passen. Und shoppen aus, checken. Ja, nice designs. In orange, in blau, in rot und in grün erhältlich. Als T-Shirt, als Pullover. So gibt's das Ganze. Das auch noch als T-Shirt, als Pullover. Checkt es aus. Weiter läuft noch die Osteraktion. Bis Ende April, 28. April, um genau zu sein, gibt es zu jeder Bestellung von einem Pullover, nur vom Pullover, T-Shirt, Turmbeutel oder halt diese nice LED-Lampe oder die da hinten. Kostet uns 30 Euro gratis zu eurer Bestellung dazu. Also checkt es gerne aus. Und wie immer, gratis Autogrammkarte kriegt ihr auch noch zu eurer Bestellung dazu. Also abchecken lohnt sich. Das war's. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal oder rein. Ciao. Ciao.